Wie fein machst du das. Nicht zu viel Wasser rein, ne? Sonst wird es dir schwer. Ist es schwer? Soll Papa helfen? Papa hilft, okay. Soll ich es dir rauslassen? So, jetzt kannst du. Ist immer noch zu schwer? Oh, ist kein Wasser mehr drin. Okay, komm, häng wieder hin. Wir gehen weiter. Häng wieder hin. So ist gut. Okay, jetzt komm. Ne, ne, lass die mal, Eva. Eva, lass mal. Eva, lass die mal hängen. Komm, wir wollen weitergehen. Wir wollen nach Hause. Abend essen. Und jetzt? Und jetzt? Ist das schwer? Ja, und jetzt? Komm, wir müssen gehen. Pass auf, pass auf, pass auf. Nicht, dass du dich nass machst.